Heyho Leute und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil HD Remastered. Und zwar... Uh, verschluckt. Und zwar wollten wir ja jetzt in den Raum gehen mit den Raben. Ich hab mir diesmal ein bisschen Highspray mitgenommen, also eins. Ich denk mal, das wird reichen. Ich werd auch probieren, die Raben mit der Pistole abzuschießen, dann sehen wir vielleicht schon mal. Vielleicht sollte ich vorher mal speichern, ne? Ach, ich will nicht die ganzen Farbbänder jetzt verballern. Ne, wir lassen das mal. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Dafür muss ich... Ach ne, richtig, ich muss einmal sowieso hier lang. Ach ja, richtig, ich kann da ja gar nicht durch von hier. Ne toll, dann muss ich jetzt einmal komplett rumlaufen, das ist ja sehr schön. Da steht man doch drauf. Aber das gehört halt zu Resident Evil einfach dazu. Wie ich ja in dem letzten Part schon mal gesagt hab. So ein bisschen Walking Simulator muss halt einfach auch mal mit dabei sein. So, was war eigentlich mit dem Aufzug hier? Oh! Ach ne, ist ja gar kein Aufzug. Aber, okay, da komm ich jetzt auch rein. Hm. Ich würde da vielleicht jetzt erstmal reingehen, jetzt wo wir schon mal hier sind. Vielleicht finden wir ja da aber noch was Interessantes. Oh. Ähm, okay. Der schlafende Musketier. Der schlafende Musketier. Okay, steht das hier bei allen? Ja. Kann ich die verschieben? Ja, ich kann die verschieben. Okay, das ist irgendein Rätsel. Was haben wir hier in der Mitte? Da kann ich nicht... Ah, doch, kann ich. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen? Ich weiß nicht. Ich lass es mal lieber. Was haben wir hier? In dieser Einbuchtung liegt etwas. Aber das Gitter ist im Weg. Und sie können es nicht erreichen. Hm. Ich weiß nicht so ganz, ob ich hier jetzt schon was machen will. Ich hab halt nämlich keine Ahnung, was hier passiert. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht drauf gehen, denn ich hab nicht gespeichert. Vielleicht geh ich doch erstmal in den anderen Raum. Hiermit würde ich mich dann später mal befassen. Wir können da ja noch einen Knopf drücken. Vielleicht bewirkt der ja hier auch was. Ich glaub's zwar nicht so ganz, aber es kann durchaus möglich sein. Hatten wir hier eigentlich noch irgendeine verschlossene Tür? Ja genau, die hier an der Seite. Da komm ich jetzt nämlich auch rein. Dann können wir da auch gleich mal reinschauen. So viele neue Räume, die wir jetzt öffnen können. Oh, Zwischensequenz. Ich bin kurz weg. Chris Redfield, Alpha Team. Wir sind hier, um dich zu retten. Richard. What the hell happened to you? Chris, this place. Get your team out of here. Demons. Everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake. But the size of the bite mark is huge. Oh nein. Bitte jetzt kein Bossfight. Okay, ich bin wieder da. Alles klar. Was haben wir da jetzt? Ach, das ist da hinten. In dem Raum, wo auch die... Na, die ganzen Heilpflanzen waren. Oder? Ne, das ist... Hä? Was hab ich denn jetzt gedrückt? Warum ist denn da jetzt ein Symbol? Okay, jetzt ist es weg. Hm. Ich hab bloß eigentlich gerade plus gedrückt, um meine Facecam wieder zu aktivieren. Kommt da irgendwas immer, wenn ich das drücke? Nö. Okay, dann hab ich keine Ahnung, was gerade passiert ist. Okay, ich wollte mich da eigentlich gerade kurz umgucken. Okay, also eine riesige Giftschlange anscheinend. Da brauch ich auf jeden Fall dann ein... Ähm, eine Shotgun für. Die haben wir ja Gott sei Dank. Wer will denn jetzt was? Erstmal Handy lautlos. So. Ah, hier liegt sogar Heilkreuz. Ne Menge. Ich hab jetzt leider nicht so viel Platz im Inventar. Hm, die Frage ist, will ich mich jetzt erst hier rum kümmern? Oder doch lieber... Da hinten bei den Raben weitergucken. Ich bin mir unsicher. Das ist, by the way, äh, Rebecca aus Resident Evil Zero. Kennt man die auch? Obwohl Resident Evil Zero eigentlich nach Resident Evil 1 rauskam. Aber spielt halt davor, deswegen... Okay, ich nehm mal 1 und ein Heilkraut mit, denk ich mal. Oder... Wobei... Hm. Ich geh erstmal in den Raum daneben. Sie sollten das Serum holen. Okay. Wo genau ist das Serum jetzt? Ist das in dem Raum, der da hinten war? Der da so markiert war? Das wäre dann ja da neben der Schreibmaschine, ne? Gut, dann werde ich da, denk ich mal, doch zuerst hingehen. Die Frage ist halt, soll ich da lieber eine Shotgun für mitnehmen oder soll ich's lassen? Ah, wie weit haben wir's denn von hier aus? Ich bin halt jetzt im ersten Obergeschoss, ne? Ich muss halt nochmal runter. Ah, ich glaub, ich bleib erstmal bei dem Inventar, so wie's gerade ist. Vielleicht reicht die Pistole ja. Wir werden's ja sehen. No risk, no fun und so. Andererseits hab ich nicht gespeichert. Und das wär jetzt echt scheiße, wenn ich sterben würde. Da hätt ich jetzt nämlich mal gar keinen Bock drauf. Aber na gut, wir gucken mal. Chris, bitte geh dahin, wo du hingehen sollst. Die Kamera ist wirklich manchmal echt kritisch. Ich weiß, ich habe das schon 10.000 Mal gesagt in diesem Let's Play, aber es wird noch erst öfteren vorkommen. Da bin ich mir sicher. So, einmal hier längs. Und ab hier bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich musste hier lang und dann... Oder durch die andere Tür? Ne, durch die andere Tür. Hier, durch die muss ich durch. So, und dann jetzt hier hinten längs. Achso, das ist wieder der Zombie. Der hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Da bin ich ehrlich. Okay. War das hier jetzt der Raum? Ne. Zu dem da hinten muss ich, ne? Was war denn hier denn drin? War das nicht hier mit dem... Mit dem komischen Vieh da? Ja, doch. Das war doch hier. Hier ist auf jeden Fall dieses komische Pflanzenvieh. Aber dann meinten die nicht den Raum hier. Okay, dann gehe ich mal in den anderen. Die Markierung war da in dem Raum neben dem... äh, neben dem Safe-Spot, ne? Ist da jetzt diese Schlange noch drinne? Ich hab da nicht wirklich Bock drauf. Okay, geradeaus und dann links. Also hier links. Und dann einfach zum Ende des Gangs. Also hier. Ach richtig, ich kann ja... schnell zur Karte wechseln. Spart mir immer ein paar Sekunden. Okay, eine. Aber egal. Höchstens zwei. Aber wenn man schon die... Schnelltasten hat, sollte man sie vielleicht auch benutzen. So, genau. Und jetzt muss ich hier rein. Und wo soll hier jetzt Serum sein? Das ist doch nix. Oder doch? Nur alte Möbel. Kann ich hier irgendwie hoch? Oder ist das der falsche... Ah! Aha, ein Farbband. Okay, das hab ich beim letzten Mal ja gar nicht gesehen. Aber mehr ist hier jetzt nicht, oder was? Oder wie? Nö, der Raum ist jetzt abgeschlossen. Okay, dann muss ich zur Schreibmaschine. Die blinkt auch. Okay, in dem Raum also? Ja gut, wenn das so ist. Dann geh ich da jetzt mal hin. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Okay, ja, eigentlich wollte ich den gar nicht anklicken. Ich wollte eigentlich nur in den Raum rein. Aber okay, gut, no. Dass man den anklicken kann. Wir sind jetzt schon wieder bei 10 Minuten. Ich schaff echt nix in 15 Minuten. Aber naja. Dann ist das so. So, und wo ist hier jetzt Serum? Ah, okay. Gut, dann packe ich jetzt erstmal Zeug weg. Die Farbbänder packe ich mal weg. Jetzt haben wir wieder 6 an der Zahl. Das heißt, wir können uns wieder loben, ein bisschen öfter zu speichern. Und jetzt ist halt die Frage, kommt da jetzt ein Bossfight oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich will auch keine von diesen Sachen hier ablegen, bin ich ehrlich. Ich packe mal ein bisschen Pistolenmunition weg. Nehme dafür die Shotgun. Dass wir wenigstens 6 Schuss haben. Dann haben wir noch einen Inventarplatz frei. Ich denke mal, das ist ein guter Kompromiss. Ach ne, wir müssen ja das Serum mitnehmen. Aber gut, das wird auch gleich verwendet. Also, das passt denke ich mal. Speichern würde ich jetzt vielleicht noch eher... Ja, oder... Ich weiß nicht. Ich will nicht so viele Farbbänder verbrauchen. Nachher brauche ich sie dann wieder und dann habe ich keine. Andererseits, wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles nochmal nachspielen, was wir in der letzten halben Stunde gemacht haben. Hmm... Ich speichere mal. Sicherheit geht vor. Nein, nicht das Serum. Farbband. Danke. Und einmal speichern. Na, gehst du da wohl hin? Hallo. Ja, ich möchte speichern. Farbband verwenden? Ja. So, wo speichere ich denn? Ich nehme mal den dritten Spielstand. Ich mache jetzt einfach mal immer ein paar mehr. Dass wir im Notfall nochmal laden können, wenn wir was falsch gespeichert haben. Na, Kamera. Bleib bitte so, wie du bist. So, dann packe ich den mal hier rein. Jetzt werde ich auch noch heiser. Ist doch eine Scheiße. Richtig ungünstig jetzt. Okay, ähm... Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Minuten. Alter, was ist denn jetzt los? Okay. Ich würde sagen, ich laufe jetzt nochmal zurück. Und dann... Ja. Geht's beim nächsten Mal dann da weiter. Ich glaube nicht, dass ich es in der Zeit jetzt da hinschaffe und dass wir dann noch weiterkommen. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas nachgucken? Hier gibt's nur Putzmütze. Das riecht etwas unangenehm. Okay. Ah, hab ich da wahrscheinlich schon nachgeguckt. Wo ist denn hier jetzt ein Zombie? Wo laufe ich hier vor allem auch schon wieder hin? Hier muss ich jetzt lang, ne? Ne, hier bin ich falsch. Ich hab mir das jetzt, glaube ich, schon so im Muskelgedächtnis angewöhnt mit dem Wechseln. Das ist jetzt echt kritisch. So, wo war denn das jetzt? War das da hinten wieder? Ne, das war hier, ne? Ja. Nochmal zurück. Ist doch auch noch... Ne, warte mal, da wollte ich... Ich will da... Ich will eigentlich da hinten hin. Warte mal, irgendwie verwirrt mich die Kameraperspektive gerade schon wieder so ein bisschen. So, genau. Und jetzt... Jetzt nach da, oder was? Achso, hier geht's noch lang. Lol. Ah, ein Dolch. Gut, okay, wegen der Kameraperspektive hab ich gar nicht gecheckt, dass es hier noch lang geht. Das ist erstmal gut zu wissen. Ich geh da mal rein. Mal gucken, was da drin ist. Da waren wir nämlich noch nicht. Okay. Okay. Anscheinend wieder so ein Rätselraum. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Okay. Ja gut. Weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Bringt mir also... Nichts. Ja, aber wir sind gleich auch schon wieder bei 15 Minuten, ne? Ich glaube, ich rüste mal den Dolch tatsächlich aus. So, okay, wo waren die jetzt? Wer noch einfach lost, sein Urgroßvater, ne? Die war im ersten Obergeschoss, ne? Hm. Ja gut, ähm, wir sind jetzt sowieso bei 15 Minuten. Ich würd sagen, dann lauf ich da jetzt einfach schnell hin. Dann braucht ihr euch, äh, meine Lostheit nicht antun. Und, ähm, ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter, wenn wir wieder in dem Raum mit Rebecca und dem komischen anderen Dude da sind. Und dann würd ich sagen, bin ich für heute erstmal raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.